Kopf, Geld, Entara, Kuh. Ja, was nehmen wir denn? Ja, ähm, Minibag und glückselige Unwissenheit. Neue hochrangige Ziele identifiziert. Wir haben die Führung genommen. Keiner Feind. Gebt die Rückendeckung. Magazinwechsel. Junge. Er bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung und Aufsatzung. Hab dich. Achtung, Drohne, wir haben die Führung verloren. Wir haben uns die Führung gesichert. Verwärtsung, Heli, einsatzbereit. Huhuhuhu. Er bitte Luftnahunterstützung. Verstanden. Wendel 3-1 ist in Position. Greife den Feind an. Platziere so nah. Zeich gesichtet. Krieg erhente online. Leide nach. Musst du nachladen. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Ich halte den Ruh ab den Scharfschützen. Bereit halten. Huhuhuhuhu. Huhuhuhu. Wir haben unseren Überwachungs-Heli verloren. Verwärtsung, Drohne einsatzbereit. Bestätigt. Verbesserte Drohne in der Luft. Suche nach Bedrohungen läuft. Die wollen mich. Ich habe was abgekült. Ich leute nach. Scharfschützer ausgeschaltet. Letztes Magazin. Der ist erledigt. Lege hier Munition an. Die bessere Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Und meine Waffe. Schade. Schade. Na ja. Achso, ich bin der hier. Das ist kein Wunder. Verbündete Drohne im Einsatz. Kann ich jetzt mal irgendwer anders sein? Nicht gerade der, der... Neue hochrangige Ziele werden markiert. Ja, komm. Aufgehört. Neue hochrangige Ziele identifiziert. Okay. Er wartet da hinter der Ecke. Mein Gott. Dann mach ich den jetzt hier schon wieder. Unterwegs. Der Scharfschützer hat uns gesichtet. Ohne Einsatzbereit. Volltreffer. Er bitte Aufklärung an meiner Position. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Oh Scheiße. Ja, ja, da war er noch. Ja, die wollten... Wenn... Die wollten mich. Die wollten mich. Ich... So Wichser. Ich schwimm wieder. Achtung, Drohne, feindliche Drohne aktiv. Pfff, holt ihr euch! Ja, klar, ich Schemina. Komm. Das war jetzt natürlich schön. Ich habe ihn getötet und irgendeinem Bich. Ja, komm, da waren zu viele Leute. Was macht ihr denn? Ah, man sollte vielleicht gucken, ob da wirklich... Ach, stimmt, ich war eh noch orangiges Ziel, toll. Ich stelle nach! Setze tragbares Radar ein. Freitig die Drohne im Einsatzgebiet. Ja, zweimal das hochrangige Ziel nochmal erledigt. Er bitte Aufklärung an meiner Position. Verstanden, Drohne ist online und kreist über Einsatzgebiet. Seitdem. Feind ist in Führung gegangen. Höchst. Wie das? Oh, nee. Nein, holt sie euch, los! Noch 10 Sekunden. Ja, der Vitoi macht uns jetzt fertig. Bereit halten für neue hochrangige Ziele. Mist. Aber war eigentlich ganz gut für mich jedenfalls. Ich fand's gut. Na ja. Schön. Na ja, das war jetzt auch nicht so. 2,43. Ja, das ist gut. Finde ich gut. Aber leider verloren. Na ja. Besuch mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.